Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heavy Rain. So, jetzt wieder bei Ethan Maas angekommen und zurück in seinem Hotelzimmer. Ethan, ist alles okay? Ich konnte es nicht. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann es beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Ich bin sehr froh, Sean. Nein, nein, nein. So, die Füßen kriegt er, wie wenn es... Wie oft denn noch? Ich drücke diese verdammten Tasten. Ja, das mit dem nach oben will er irgendwie nicht. Das registriert er nicht richtig. Da nehmen wir die Tastatur. Das ist leider echt nervig. Bis halt teilweise die Eingaben nicht funktionieren. Okay. 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 Oh my God. Ah. Hätte auch ruhig mal das Bett benutzen können. Dafür ist es ja da. Untertitelung. BR 2018 So, dann. Schade. Es mitzunehmen. Ah, ich habe noch Klamotten. Ich habe noch Klamotten. Letzte Buchstaben. 6-1 Rainbow Lane. Hm. Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ethan, was ist denn los? Ich habe gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Du hast mich gut verarztet für eine Scheißreporterin. Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, nein, ich schnappte den Origami-Killer? Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Es stimmt. Ich bin Reporterin. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... Ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und... Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du... Dass du... Mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Es tut mir leid, Ethan. Es tut mir so leid. Du gehst. Nicht wahr? Der letzte Origami-Figur. Ich finde Sean mit den letzten Buchstaben. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Ich hole was zu essen. Nicht weggehen. Ich bin in zehn Minuten zurück. Ich gucke nicht weg. Vielen Dank. Ja, dann. So. Hier ging es herunter. Jups, ja, noch eins nach unten. Und dann mal auf zum Essen holen. Oh. Das ist nicht gut. Okay. Okay. Gucken wir mal vielleicht noch rechtzeitig warnen können. Komm schon, wie war die Nummer? Äh, 207? Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops! Sie sind im Hotel! Du musst von hier verschwinden! Wir haben ihn immer noch! Schnapp ihn! Aber nicht mehr lange! Hallöchen! Ah! So, wie war das jetzt nochmal? Rechts und dann aufs Dach. Okay. 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 Dann müssen wir noch. Jetzt war's vor. Okay. Ja, da war's wieder. So, ja, sehr gut, ich glaube hier noch zu Ruckel spielen. Nein, gut. Das ist immer so theatral, dass ich fallen lassen muss. Na gut, dass du wartest. Das ist jetzt mein Taxi. Ey, was soll denn das? So, sehr schön, haben wir jetzt die beiden Teams mitgenommen. So lobe ich mir das. Gut, schauen wir mal, ob du auch immer noch auf John kommst. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Schalbi. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordi hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Schalbi. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Lauren! Shit! Okay, der schöne Autofarke. Na dann. Sehr gut. Oh, das war jetzt nicht nötig. So. Verdammt. Ja, ja, ist okay. Wird. Dann. Na, warte mal. Ähm. Lauren! Aufwachen! Lauren! So, komm. Wollen wir mal aufmachen. Dann, jetzt. So, das tut mir ein bisschen mit. Sehr schön. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen, aber so war das nicht geplant. Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring sie ein. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf außer mir. Okay? Na, vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Sehr schön. Gut, dann können wir auch hier wieder die Folge beenden. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020